Ja, bis jetzt kann ich mich eigentlich nicht beschweren, ja? Läuft ganz in Ordnung. Gerade mal gucken, was wir überhaupt für Einheiten produzieren können. Okay, da ist eigentlich vieles dabei. Ich weiß nicht, was die hier nachher ankommen. Eine kleine Gruppe Soldaten ist auf dem Weg zur Burg. Ja, siehst du, da geht es nämlich schon los. Ich hab's so gut wie nix. Ist die Frage, ob der besser ist oder der. Weil der kostet so hammer viel. Also den kann ich schon bauen. Ich mach mal einfach so. Ja, Sire. Unsere Sehnen sind gewachst. Oh, jetzt geht es los. Wo? Ah, okay. Meine Hexen werden die Haut aus eurem zitternden Fleisch ziehen. Die kommt ja echt auf den Besen. What the fuck? Okay, aber Bögen scheint den wenigstens Schaden zu machen. Okay, die schießen quasi auch. Ähm. Jetzt hab ich aber ein Problem, weil... Wir sind zu dicht am Feind für den Bau. Gebt uns nur ein Ziel. Die bleiben nämlich haben wir hart hier vorne an der Stelle einfach. Euer Zeichen, Sire. Wir bewegen uns. Okay, das heißt, ich muss auch Türme im Inneren der Burg aufstellen. Gut zu wissen. Dann pass mal auf, dann äh... Bogenschützen, bereit machen. Wir sind eure Leute. Gehen in Stellung. Eure treuen Bogenschützen. Die Späher melden eine gewaltige feindliche Truppe, die sich auf uns zubewegt. Ich würde gern wissen, von wo... Kann ich mittlerweile... Ich kann Sachen kaufen, ist ja geil. Konnte ich das schon immer? Ist mir nämlich bis jetzt noch nicht aufgefallen, dass ich auch Bögen kaufen kann und so. Weil wenn das eine gewaltige Truppe ist... Dann stelle ich lieber mal hier vorne ein paar hin. Ja, Sire. Die Männer sind guter Dinge. Bögen schützen unterwegs. Äh, dann passt mal auf. Dann mache ich mal... ...noch ein bisschen mehr Nahrungsproduktion. Die Waffenproduktion fördere ich noch ein bisschen und dann... ...mache ich einfach wieder so Cuts zwischen den langweiligen Szenen. Und die wird dann vorspulen. Oh. Wenn's zum Kampf kommt. Unsere Sehnen sind gewachst. Und ich sehe, der Kampf ist schon am... ...vollen Gang. Ich hab gar keine Meldung bekommen, von wegen hier, äh... Ne? So, komm. Sagt nur, was ich tun soll. Der Weg zur Burg Chariot ist durch einen Eisblock versperrt, Herr. Wir haben keine Möglichkeit, morgen anzugreifen. Wenn Meryn hier wäre, könnte er das Eis sicher wegspringen. Ah, okay. Wir können die auch kaputt kämpfen, quasi. Ihr seid mein Gebieter, Herr. Die Geschichte wartet. Parschieren wir? Wir werden angegriffen. Morgens Hexen greifen unsere Burg an, Herr. Wo? Ja, die sollen nur kommen. Waffen benötigt, Sire. Die sollen nur kommen. Wird uns nur ein Ziel. Ja, das sieht schon besser aus. So, jetzt habe ich nur keine Truppen für da vorne auf den Wall. Das ist ein bisschen kackig. Aber... Das kriegen wir schon hin. Und von daher dann... Äh, mach ich jetzt bis mal hier ein bisschen... ...schneller für euch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020